3000 haben wir dürfen nicht pleite gehen so wir lassen natürlich auch langsam spielen play und gucken ob unsere ersten kunden kommen hier jetzt hier ein paar klamotten das sind unsere einzigsten klamotten glaube ich oder obwohl wir ein bisschen haben wir hier noch stehen liegen aber wir gucken mal ob jetzt ein paar kommen oder da kommen sie kommt euch das an leute da auch aha 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 hey geht doch ein offen für geschäfte der land ist heute für heute geöffnet ja sehr nice mir ist die salat noch nie aufgefallen was verkaufst du männer shirt männerhosen ist eine frau scheiße ich habe auch ich habe auch frau oder mal gar nichts egal männerhosen let's go gespräch oh und jawoll bitteschön kein problem 69 110 unser erster verkauf leute 110 errungenschaft freigeschaltet ja okay das ist jetzt der alltag vom vom verkauf verkäufer nur man steht den ganzen tag hier und wartet ich weiß gar nicht wie lange offen haben ja okay so wenn man nicht geld verdienen wir gehen mal kurz raus müssen die rein loggen mir ist allein noch nie aufgefallen männerhosen kommen rein dem kunden die ausgewählte kategorie vorschlagen fragen sie nach dem kundenwunsch für die nee du musst jetzt rein hier meine freundin los let's go zack nein komm rein ach komm blöde kuh da verpiss dich doch ey ach ich verschwende zeit mit dir was ist was los was ist das problem oh 120 und 110 so wir machen wir es schneller hier und gucken ob jetzt was verkauft oh jetzt kommt die gelbe truppe kommt Hä, alle gelb. Oh. Oh. Vorsicht. Stopp, 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 stopp. Was ist los jetzt? Hä, wo kommen die alle her? Die Fagos. Ja. Ist echt so. Ist die Gang gewesen. Boah, 230. Die Hosen sind weg, ne? Oh, aber der erste Tag läuft gut, ne? Gleich hängt das Game auf. Ja, ja, es passiert manchmal bestimmt bei dem Game hier. Die haben noch Hosen, oder? Ja. Zack, let's go. Oh, da greifen sie schon wieder. Ach, das ist geil. Teuer, ne? Aber im Laden hier. Ich weiß gar nicht, was wir pro Dings genommen haben. 160, ey. Der Laden ist zu. Um 17 Uhr schon, okay. 230? Was kostet denn so eine Hose? Kann man ja auch sehen, ne? Hier. Rabatt verwalten? Nee. Wie viel verkaufe ich dann so eine Hose? Haben wir jetzt echt zugemacht, oder was? Um 17 Uhr schon? Hä? Warum haben wir um 17 Uhr schon Feierabend? Ich hab doch mal voll viele Sachen hier rumliegen. Ja, ist tatsache Feierabend um 17 Uhr. Ich faule Sau. Und Lasi, hi. Wir haben Umsatz gemacht, 2450. Wir werden mal hier Artikel nachbestellen. Ah, das Gerne macht Spaß, auf jeden Fall. Kannst du eine Punkteverlosung machen? Können wir machen, ja. Wir müssen jetzt mal gucken, jetzt bestellen hier, ne? Bestellungen. Nachbestellen. Ähm, wo kann man sehen, was ich habe? Äh, Verkäufe, nachbestellen. Hier. Äh, die Sachen habe ich. Ah, ich hab doch Hosen verkauft. Das ist doch auf Lager, ja, oder was? Bestellverlauf. Kann man hier speichern, okay. Gespeichert, Mindestlager. Hä, guck mal, ich kann das hier nachbestellen. Aber ich habe doch auch Hosen verkauft, Leute. Oder sagt es, dass das hier fehlt? Das muss ich erst mal verstehen, ne? Äh, dort stehen da nur Verkäufe. Achso, ich habe insgesamt sieben verkauft, oder was? Und nicht noch auf Lager. Das heißt, ähm, ich müsste jetzt sieben nachbestellen. Ach, und drei, und da ist ja, äh, das, ah, das ist ein Zeichen. Drei sind noch, ähm, ähm, ah, okay. Hier dann sechs nachbestellen. Hier vier. Ja, drei. Von denen wurden nicht so viel gekauft. Von denen ein. Von denen ein. Von denen drei. So. Ja, erst mal, Öffnungszeiten. Bis, ähm, sieben Uhr anfangen. Wir machen auch denn bald, ähm, denn zwei Schichten, ne? Denn. Von sieben bis zwanzig Uhr. So. Zack. Guckt mal kurz, ob ihr hier noch was auffüllen könnt. Ist nix mehr da. Auch nix mehr da. Auch nix mehr da. Naja, wir haben, wir haben, wir haben gut verkauft, ne? Dankeschön. Ähm, um Preise zu verstellen, gehe auf das Symbol T-Shirt und dann auf, äh, die Lupe, okay? Ähm, um Preise zu verstellen, gehe auf das Symbol T-Shirt und dann auf, äh, die Lupe, okay? Guckt mal gleich. Ähm, wir gucken mal, die Hosen. Ähm, Lupe, äh. Ah, ah, okay, dankeschön. Äh, ah ja. Ähm, 120. Er hat was gekauft, 120. Wo fehlt ein T-Shirt, Leute? Das, äh, schwarze fehlt, genau. 120, das schwarze. Wir gucken mal, ob das stimmt. Herren, Hemd. Das schwarze, 120, ja, hier. Und wir, und, äh, und wir kaufen es für 40 ein. Äh, da machen wir ja übelsten Gewinn, ne? Da machen wir ja übelsten Gewinn. Hä? Aber so richtig, äh, brummtut er leider noch nicht, ne? Nee, ich hab, ich hab keine Mitarbeiter. Hey, have a minute. 160. Richtig, richtig brummtut er leider nicht, ne? Elias, hi. Was ja, wir haben unsere Namen wieder geändert. Äh, damit die Zuschauer uns wieder markieren können. Ja, hab ich ja gerade gelesen, dünner Mann. Alles gut. Die Hosen sind leer. Ah, jetzt geht das, okay. Äh, verkauf beginnen. Zack. Und? Oh. Thank you. Ja, mega. So, äh, der zweite Tag hier, let's go. 1200 nur? Das war ja, äh, kein guter Tag, ne? Ähm, alle hinzufügen. Ah, okay, perfekt. Und Artikel bestellen. So. Ein Tag machen wir jetzt noch. Mach vielleicht ein kleines Rabatt, dann kauft die Leute, glaube ich, mehr. Ja, können wir machen, mal gucken. Wir werden nochmal so ein, äh, Hosending kaufen. Hier ist ein, äh, was? Hier ist ein Hosending. Aber warum braucht, warum müssen die denn so weit auseinander stehen? Verstehe ich nicht. Häh? Häh? Häh, geht das nicht? Oh, das Spiel ist echt verrückt, noch ein bisschen ne? Schade, ich kann nicht äh, das hier nicht hin platzieren, warum nicht? echt spielen euch taten lol naja ok dann machen wir jetzt noch einen tag jetzt hier und dann ist eh feierabend aber war lustig gewesen unser erster laden haben auch schon ein bisschen verkauft bis dann black daemon hau rein warte kurz warte warte ich bin mir nicht sicher aber irgendwie da zeigt dich immer alles an hier komisch hast trotzdem gekauft ja mega 233 er diese türgeräusche nervt so langsam ich weiß gar nicht warte mal ab bis hier richtige schlangen sind dann hast du die ganze zeit das ding 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 die geräusche kann ich heute Abend gut schlafen wenn ich im bett liege alles leer gekauft hier ich guck mal gleich ob wir auffüllen können aber noch was übrig ah ja der laden ist geschlossen schade so aber wir haben auch so viele klamotten ne miete 720 ok let's go so kurz speichern das war drei tage sehr nice dann als nächstes werden wir hier mitarbeiter einstellen auf jeden fall und ja mal schauen 1500 unsere erste mitarbeiterin kommt denn am start und laden brauchen wir noch nicht größer machen und dann vielleicht unser laden bisschen ein bisschen hübscher machen das alles und mehr sehen sie in der nächsten folge war das jetzt gut